Er hat die Bäume gerufen! Nein! Jo, warte was geht, willkommen zu diesem neuen Video! Ich hoffe wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Freunde, heute ist es so. Wir haben einen Prank geplant, nicht alleine, weil ich brauchte dafür professionelle Hilfe, äh, professionelle Hilfe und das ist kein Deutsch auf jeden Fall. Geh mal raus, mach mal kurz, ich muss das nochmal machen. Warum, ich bin doch schon da. Ja, geh jetzt nochmal raus. Ich kann doch vielleicht gehen. Warum bin ich schon da? Jo, okay, dann erklär, Alter. Sei doch authentisch, Alter. Okay, dann erklär einfach, um was zu gehen. Also, ein paar Fakten, Marc und ich haben uns gedacht, okay, wir pranken meinen Bruder, mein Zwillingsbruder, den Roman. Roman hat seit zwei Monaten zickert sein neues Auto. Wir haben uns gedacht, ey, wir müssen sein Auto-Clown. Ob das alles funktioniert hat, das seht ihr gleich. Mit diesem Ziffer... Robert zieht sich gerade hinter der Kamera aus. Der Marc konnte nämlich mit diesem zweiten Schlüssel, den ich ihm davor gegeben habe, Roberts Wagen wegfahren. Geh mal einen Schlüssel her. Geh mal einen Schlüssel her. Geh mir her. Geh mir her. Hast du einen Schlüssel gesehen? Ich hab's so getan, als würde ich vloggen für unser Vlog-Format. Der Robert hat's einfach nicht gecheckt. Typisch, Robert, oder? War das dieses Jahr, Roman, zusammen Heiko geprankt? Jetzt habt Heiko und ich dich geprankt. Ja, ja. Lohi vs. Lohi. Ja, genau. Lohi vs. Lohi. Wo wir gerade beim Thema Lohi vs. Lohi sind, Heiko und Roman haben einen neuen Kanal. Warum eigentlich? Warum nicht? Okay. Wir haben ein Video dazu gemacht, und zwar haben wir einen neuen YouTube-Kanal, der heißt einfach nur, Lohi vs. Lohi. Könnte sein, dass ich als Lohi auch mal mit dabei bin. Ja, deswegen auf alle Fälle abonnieren kostenlos. Okay, bitte nicht mit einem Daumen. Okay, und jetzt viel Spaß mit dem Prank. Ah! Hallo, ich bin Roman und ich bin auch dabei! So, Freunde, ich hab jetzt geparkt. Der Roman kommt auch gleich da hinten irgendwo lang. Da hinten ist unser Arzt und wir werden jetzt gleich zum Arzt gehen. Während wir beim Arzt sind, ja, mit der Marc Romans Auto klauen. Ey! Was sich meine Mama wohl denkt. Sie fragt schon gar nicht mehr nach. Das ist das Lustige. Sie geht einfach wortlos rein. Das sind zwei Pranks in einem A. Der Roman denkt sein heiliges Auto, was er so um alles liegt, wird geklaut. Und danach kommt der nächste Prank. Und zwar, dann ist halt einfach alles voller Luftballons. Alter. Das wird so hart für ihn. Zwillinge, die müssen zusammenhalten. Aber egal. Du gibst mir die einfach die Hatschüte. Tut mir so rein. Ja, du winken. Und dann tut mir so rein. Ey, mit Hatschüten geht das nicht? Ja. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Jedes Mal. Jedes Mal. Beim Drehen. Fängt irgendwas an, was mich aufhält? Guck den. So wie das hier. Regen. Das. 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 Alles. Oh. Heike ruft an. Yo. Also der Roman ist schon unterwegs. Das Ding ist, der Roman hat doch gerade schon gesagt, er will sich nicht unbedingt zuerst hinzulassen. Er muss doch sein Kärse mal beantragen. Der Stand schaust du bis 12 Uhr auf. Oh ne. Ja das ist geil. Die Reaktion bei den Autorex ist dann doch geiler. Das ist der Roman wiederum. Sieht ja nicht mal die Polizei da. Und zum Muttern oder Sachen. Oh no. Nicht die Polizei. Nein definitiv nicht. Polizei soll kommen. Nein nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Natürlich. Sie soll kommen. Bis gleich. Das ist der Roman. Pass auf. Da kommt das. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Fuck. Aber fuck. Da ist der Roman. Da. 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 Wir dürfen auf jeden Fall nicht gesehen werden. Heiko ruft an. Heiko ruft an. Ich hab beide eure Autos gesehen. Wir sind schon versteckelt. Okay. So Freunde. Wir haben jetzt einen Arzttermin. Was heißt Arzttermin? Aber eine Spritze. Aber dann ist gut. Wir sind schon mit. Heiko filmt auch sehr professionell mit. Der wird eigentlich schon eine Impfung von drei Kameras verfolgt. Oh mein Gott. Der ist ein Trainer der Go-Go-Go. Wenn der Arzt sitzt. Den hätten wir eigentlich mit einleinen müssen. Der macht Betäubung. Er stehtHHHHHHHHH. Hallo. Hey. Das ist voll. Ich brauche mein Auto. Oh Mann. Was geht. Was geht. Ist schon im Dorf mit meiner Katze. Nein, 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 nein. Du hast es rum an sein Auto. Erstmal direkt, Sahel. Mach die Musik aus. Ey, wie geht das? Leise. Ah, okay. Verstanden. Boah, was ist denn? Das ist schief gelaufen, Alter. Ich wusste nicht mehr, welches Eiko und welches Ruhm an sein Auto war. Puh, sehr professionell, aber wir sind auf einem guten Weg. Okay, und Luftballer ist jetzt auch schon rein. Du wirst auf jeden Fall nicht dein Perso bekommen. Heute nicht, Roman. Das war's schon? Äh, ich pass da gar nicht mehr rein. Oh, Heiko schreibt, der macht Stress. Wetten, die sind schon durch. Kommen jetzt beide raus. Ja. Fertig. So, Freunde, wir hatten jetzt gerade, wie gesagt, einen kurzen Arzt. Wir haben uns impfen lassen, ne? Ich muss sofort los. Ich muss im Rathaus noch meinen Personal ausmachen. Ja, ich muss auch los. Wir machen wieder halbe Stunde zu. Also heute, ich bin richtig im Hatze, richtig im Stress. Aber wegen privater Sachen und nicht wegen Karriere. Weißt du? Ja, richtig mies. Ey, man kann ja nicht sagen, dass das gefährlich ist. Aber es ist verdammt gefährlich. Alter, das sieht so geil aus. Wuh! So, Reaktion von Passat. Hä? Du hast ja da hinten geparkt, Depp. Warte mal, ich will's aufnehmen. So, Freunde. Roman hat anscheinend sein Auto gerade. Meinst du, wie ist das Auto? Nein, das kann doch nicht sein. Ich darf doch hier parken. Hier ist doch sogar ein Parkplatz. Aber du, wenn du über die vier bist, darfst dann parken. Du hast eine Busterbekleidung. Jigga, wo ist jetzt mein Auto? Du, du musst dich da anrufen bei der Polizei, wa? Nee, ich bin beim ADAC oder so, ich weiß nicht. Ich ruf mal Papa jetzt an. Das kann doch nicht sein. Ich hab hier geparkt. Das kann nicht sein. Hi, Papa. Äh, mein Auto. Ich hab gerade da geparkt, weißt du, bei Doktor ... Aber mein Auto ist nicht mehr da. Wo muss ich da anrufen bei der Polizei, wa? Na ja, muss ich die Polizei rufen. Ja. Ja? Ja, ich bin da. Ich kann nix verwirren, wenn der Roma sein scheiß Auto nicht mehr hat. Ja, ich hab aber nichts geparkt. Ja, wir kriegen das schon hin irgendwie, dass wir es finden. Kein Stress. Am Ende wurde es nicht abgeschleppt. Ich ruf mal die Polizei. Ich muss die Polizei rufen, oder? Ja, tschau. Lass erst mal gucken, Alter. Kannst du... Ich ruf mal die Polizei an. Warte. Ruf mal nicht die Polizei an. Er rennt einfach rum und sucht sein Auto. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich hab jetzt noch da geparkt. Da kann doch nicht einfach irgendjemand ran. Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Da kann doch nicht einfach irgendjemand ran. Verstehst du? Vielleicht hast du's aufgelassen, oder so. Was? Vielleicht hast du's aufgelassen, oder so. Ruf's nicht die Polizei an. Ja, natürlich muss ich die Polizei selber sowas anrufen, Mann. Ist du gescheuert? Jetzt ruf jetzt die Bullen an. Nein, ruf jetzt nicht die Bullen an. So? Warte, ich's natürlich, Alter. Mein Autoschreck ist... Kommt jetzt sofort. Schnell, schnell. Okay, gut. Dann werd ich jetzt mal kommen. Dann würd ich sagen... It's a prank. Schau mir jetzt her! Heiko! Heiko! Warum ist das so behindert? Weil... Keine Ahnung. Oh! Nein! Du machst die Praxis am Ende. Ja, mach. Dann muss die Polizei sein. Guck mal, da hinten kommt dein Auto! Guck mal, da hinten kommt dein Auto! Guck mal, da hinten kommt dein Auto! Oder? Ja, da ist es! Oder? Ist es eins? Na? Bitter prank, würd ich sagen! Ja! Ha, 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 ha! Du Wichser! So einfach geht das! Du ... Alter, Mann! Ey, war mir fast klar. Er hat die Polizei fasst. Boah, Alter, ohne Scheiß. Hier, hier. Ich hab zu mir eins, dass ich noch eingetippt, Digga. Alter, ich dreh am Rad, Mann. Ey, Alter! Wir haben es jetzt die ganze Zeit. Alter, Mann. Das ist eine Ruhe, Alter. Das ist halt einfach so. Das ist nicht witzig. Vor allem mit so Ballons, Alter. Ich schwör dir. Weg mit dir. Dein Blick war so glücklich. Heiko und ich, Dreamteam. Ich dachte wirklich, ich hätte irgendwie falsch geparkt oder so. Ich muss meinen Deppmann rufen, weil er denkt, dass das... Nein, nein, nein. Hast du Heiko rufen? Papa weiß natürlich Bescheid. Ja, vor allem, er geht noch bei mir ran und sagt, Ja, Heiko. Ihr ruft auf keinen Fall die Polizei. Ich weiß doch, dass sie beschältet. Ja, so einfach geht das. Letztes Mal haben wir doch zusammen Heiko geprankt. Weißt du noch mit dem Handy? Ja, aber das ist ein richtig krasser Prank, Alter. Auto geklaut, Prank. Ja, mit Luftballons. Wir sind jetzt hier gelandet, Alter. Mit Luftballons. Warte mal ganz kurz, Alter. Alter, das ganze Auto ist voller Luftballons. Oh! Nein, nein! Das ist hier, wo die Autos sind, man! Tu die rein! Ach so, weißt du was ich vergessen habe? It's a Prank. Alter, das schreit aber dann einfach raus. So, jetzt wüsste ich so, ich... Ganz kurz, ganz kurz, guck doch mal den Luftballons. Schuss, ey. Was war so das erste, was dir so... Ja, was war das? Mein allererster Gedanke war wirklich, ich hab einfach falsch geparkt, obwohl ich es nicht gehabt habe. Ich hab richtig geparkt. So, da dachte ich mir, okay, das kann nicht sein, als ob die mich jetzt irgendwas abschneppen. Dann kriege ich... Das macht keinen Sinn. So, und dann habe ich wirklich... Mein Dad hat mir am Telefollow gesagt, ja, solche Karren, die werden auch schon immer geklaut. Und dann... Shoutout an dein Dad hier. Ja, vor allem unser Daddy, der wusste ja Bescheid. Ich hab ihm davor Bescheid gegeben. Ich stand halt einfach nur da und dachte mir, okay, wo ist mein Auto? Geil, Alter. Wow. Sehr guter Prank. Unbezahlbar. Und ich weiß noch nicht, wie begeistert so alle anderen wären, wenn ich so... Ja, mein Auto ist weg, sorry. Aber was hast du gedacht, als dein Auto dir entgegengekommen ist? Dann dachte ich mir so, ihr Schlingeln. Nein, 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 Schlingeln. Ich hab mal ne Frage. Was machen wir jetzt mit der ganze Luftballons? Also... Mal ehrlich. Also... Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wo sollen die jetzt hin? Ich hätte es zu dir. Wir fahren jetzt zu dir. Auf jeden Fall in den Hof, Alter. Frank, du musst das ausfahren. Ja gut, dann fahr ich jetzt zu dir in den Hof. Aber ohne Quatsch, ich kann doch damit nicht fahren, oder? Ey, es ist... Es ist so dumm. Super! Meine Ohren tun so weh. Du hast es verdient. Ja komm, wir machen die kaputt hier. Du magst, ich fahr jetzt zu dir nach Hause. Nein, nein, nein. Mit deinem Arztusproblem. Doch! Oh! Ich hab doch gesagt, es muss genau so sein. Ich glaub, ich kenn meinen Bruder, der dreht noch völlig am Rad. Time to say goodbye. Weißt du überhaupt, wo ich wohne? Weil der fährt grad in die falsche Richtung. Ja, ja. Ey, geil, Alter. Filmteam Lochmann. Bubu. Freunde. Auf jeden Fall. Daumen hoch, da das teilt dieses Video. Wenn wir die Roma nochmal irgendwie pranken sollen. Ja. High five. Remember. Adios. Tschau. Entschuldigung. Jo. Sorry. Ist okay. Alles gut. Eins kann ich euch auf jeden Fall versprechen, also euch beide. Ja. Das wird definitiv nicht der letzte Prank an einem von euch sein. Ja, warte mal ab, Alter. Ja, vielleicht können wir nicht auch... Mich kann man nicht pranken. Ab jetzt mal die... So, Leute. Ich übernehme mir hier mal Brady TV, Alter. Ich bin nie schlauer wie die. Klappe. Klappe. Ich hab den Max-Word-Prank. Marc liegt gerade auf einem Riesen-Teddybär. Ich hab mich gestoßen ab, Alter. Ja. Dummeheit tut weh. Hat eine Sekunde davor gesagt, ich bin schlauer als hier. Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns auf dem Kanal oder nächste Woche Samstag. Ciao.